wir haben uns so lange haben wir sind wir haben uns nicht mehr so gut aber sie kommt zu einer weiteren Runde der Beine auf 1 6 8 wird dieses Mal geht es weiter mit Mocken immer zu suchen oder zum Samson von Beginn Samson wird mehr Quid genau Quid wollte auf jeden Fall spielen Prozent Da gehe ich gleich wieder raus. In dem Fall New One mit Samson. Und schon wieder Creed ausgewählt. Ja, also, ich glaube, ich sollte mal einfach mal genau... Ha, okay, Samson. Gut, Dankeschön. Gut, in dem Fall versuchen wir unser Glück mit Samson. Und sind auf dem Weg zu Hasch. Das heißt, wir müssen uns beenden. Also, wie planmäßig, wie immer. So, wir spielen auf Itemraum und Boss. Zack. Und erledigt. So, jetzt sollten wir aber noch den Itemraum. Normalerweise ist der immer... What the fuck? Also eine untypische erste Ebene. Normalerweise direkt anschließend... Wow. Komm, komm raus. Gut, gut. Okay. Also, haben wir nicht mehr eine Bombe. Weil leider nicht mit Schlüssel von den Chemischen mal gut. Aber wir brauchen noch eine Bombe für den... Für den... Für den blauen Steinkaläen. Das sieht gut aus. Schon mal. Zack. Und erledigt noch einen Schlüssel. Wow. Das sind Bomben auf jeden Fall. Gut. Zack. Und weiter geht's. Jetzt gehen wir trotzdem noch schwind runter und holen... Das Ding hoffentlich ist das Damage Upgrade. Das würde ich mich sehr drüber freuen. Leider MonSoul hat's, obwohl... Soul hat's natürlich auch gut, dass man auf der nächsten Ebene auf jeden Fall Damage bekommt. Und schon ist das Soul hat's schon mal angeknackst. Aber mir macht dafür wenig schon mal mehr Schaden, was natürlich auch nicht das Schlimmste ist. Okay, das heißt, ich muss ihn jetzt erledigen, sonst bin ich einfach nur... So, jetzt habe ich schon kein Soul hat mehr, um mich für irgendwas zu schützen. So, oh, Dankeschön. Spiel. Und weiter geht's. Wir haben jetzt schon sehr lange gebraucht, um den zu erledigen. Zwei Minuten, naja, geht eigentlich. Wir haben noch Zeit. Aber so ähnlich, immer den... Tag vor dem Abend oben. So, zack. Und erledigt. Bau. Und noch ein Säckchen. Ja, zwei Münzen. Gut. Fliegen, wo man uns noch ein bisschen blöde oder nicht so einfach... Oh, singen können. Oh, danke für den Soul hat. Dankeschön. Sehr nett. Ich weiß nicht, ob wir diesmal so viel Glück haben, wie... Oh nein. Okay. Ich musste mich... Ich hätte es doch entscheiden müssen. Äh. Dass wir direkt alles auf Anhieb finden, wie Goldraum und Boss und so weiter. Oh ja. Spinkt wieder total random und so hin. So, jetzt noch dich. Geschafft. Ich habe wirklich nicht so das Gefühl, dass hier der Itemraum sich versteckt zwischendrin. Oder doch. Also im Moment sieht es doch... Doch, 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 doch nicht. Also, super. Hm. Was mache ich? Also, ich weiß nicht, was ich gerade anstelle. Klar, im Moment kommt man, dann habe ich hier mehr Schaden, aber Soul hat es trotzdem immer gut. So. Okay. Da ist ein blauer Stein, wo ich mich gleich drum kümmern werde. Zack. Ich muss mir auf jeden Fall das Soul hat mit, obwohl ich es dann schon wieder verlieren werde. Okay. 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 Richtig gut. Und ein Bebeck ist natürlich noch besser. Damage ab und ich verliere gar nichts. So. Da oben war jetzt nichts mehr so. Okay. Gut. Gut. Das heißt, für jedes Leben, was ich finde, muss man auf jeden Fall das Soul hat mit. Das PHD wäre auch richtig cool. Vielleicht kriegen wir ja noch was vom Boss. Zack. Wir haben richtig viel Damage, was mich super stolz macht. Äh. Zack. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. In dem Fall. Ich mache das hier mit. Bad Trip Speedler. Wow, danke schön für die geilen Pillen. So, in dem Fall. PHD. Bad Trip wäre von der Full Health Pill, obwohl. Egal. Grehen wir hin. Die Side 3. vier fünf darf ich mal jetzt habe ich ein halbes leben so jetzt aber dafür richtig viel damit was ich bevorzuge ein halbes leben wie viel soll hat es ein ganzes wie viel geld habe ich okay und jetzt noch dich ein halbes soul heart okay niederlass mit ist und dann kann ich hier 12 mal was waren so das heißt jetzt kann ich eigentlich aufhören und erst wenn ich wieder folgen wieder was machen jetzt habe ich habe ich kein damit spust mehr so batterie naja nicht so unbedingt so ich hätte mal gucken wenn ich das super gab haben dass ich versteckt aber ja auch nicht unbedingt was habe ich noch eine bombe so jetzt ist gut wenn ich nur liegen könnte nähe wieder leben bekommen würde dass ich auch voll bin so online ok das schon mal gut jetzt habe ich noch ein halbes soul hat glaube ich online ich hasse solche fucking räume ich hätte die bombe dazu nutzen können um da besser durchzukommen so badwip doch doch nehm ich mit das kann voll hilfpille sein ich bin so doof jetzt habe ich kein soul hat mehr das habe ich nur noch rote herzen war auch nicht gut warum schieße ich eigentlich ich muss nicht gern ein schiefen ich kriege ich ja lebe kommt da war eine so eine trollbombe dazwischen zack und erledigt ein hp ab richtig gut und weiter geht es 8 min 31 ok so wie viel habe das ist doch ein witz das heißt ich habe hier jetzt mindestens zweimal das kann ich auf jeden fall machen das heißt sie brauchen dem automat nicht spielen weil da wird immer dasselbe raus kommen habe ich jetzt irgendwie permanent mehr geld mir wäre lieber dass ich mehr herzen kriege war klar bis ich jetzt auf einmal umfallen werde ich hab noch soul hearts was wie viel soul hearts habe ich denn eigentlich ich habe auf jeden fall eine full health pille das heißt ich habe jetzt alle soul hearts verloren das heißt full health jetzt habe ich nämlich garantiert noch leben aber wie viel weiß ich jetzt natürlich das gibt keine schade okay ja nur bedingt gutes item das item mag ich gerne eigentlich vor allem wenn man sich dann selber regeneriert aber ja man kann ja mal nie wissen so das heißt wir haben schon eine komplette sackgasse entdeckt wird schon mit dem klappen gut eine pille okay ich habe max der menschen prinzip ich darf halt keinen schaden mehr vom gegnern halten okay ich habe ich habe halt schaden deswegen geht es trotzdem ratzfatz durch zack 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 und zack schade gehen wir hier weiter und noch wer mit dir ich bin abgerutscht verdammt bin ich doof oh nice tja was soll ich machen weil ich so inkompetent bin 24 7 das ist ganz normal das ist sowas dummes macht okay ich kehre nochmal geschwind um und hole mir noch weil ich ein paar einigen von denen es ist sind und da können auch Pilzen drin sein wo auch nach da und nice Dankeschön 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 m m m m zick m 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 Schade. Hier war noch welchen. So. Okay. Leider nichts. Leider nichts. Den Sprengen wirfen. Zollt ihr die David Schaff oder? Ne, das nicht. Okay. War nichts. Schade. So, in dem Fall hätte ich noch Spinn nebenbei gucken können, ob hier zufällig... Ne, leider nicht. Aber das sind wir auf jeden Fall mit. Die Schatz. So, zack, 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 und zack. Wir haben richtig viel Cash. Hier können wir auf jeden Fall springen. 13 bis 20. Okay, wir liegen noch. Prinzipiell ist es sehr gut in der Zeit. Willst du mal. Hier hat die Devil die Chance erhöhen. Wow. Leider kein Geld. Schade. So. Links und links gehen wir noch in den Shop rein. Zick. Ich hab wieder einen Saul hat. Das heißt, ich kann noch mal Glück... ...zack. 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 ich nehme auf jeden Fall das mit, das hier mit und das hier. Warum nicht habe ich Glück? Ein cooles Item. Ich kann noch zwei mit kaufen. Nicke, jetzt ist es so das prickelndste, was man so unbedingt... Komm, machen wir das hier mit. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Angebot. Komm, was mir bringt ein Angebot. Also wirklich, was bringt ein Angebot. Okay. Drei Münzen noch. Dann könnte ich mir noch die Karte besorgen. Aber das war schon mal sehr gut. Noch zwei Münzen. Okay. Okay, richtig gut. Wie viel Leben habe ich denn jetzt? So. Trotz 28%iger Chance habe ich ihn bekommen. So, die Karte mich auf jeden Fall mit. Und diese Ebene hat uns eigentlich gut nach vorne gebracht. Trotzdem, dass ich so gefällt. Book of the Lion. Ne, lassen wir mal. Über das Item mit, was eine richtig gute Kombi ist. Auf diesem Charakter. Jetzt müssen wir uns nur zeigtechnisch beeilen. Und ich... Damit geht's noch. Aber dadurch, dass ich jetzt diese Combo habe, kriege ich die anderen Ebenen deutlich schneller erledigt. Da ich schon wieder keine Ahnung habe, wie viel Leben hat, kriegt es mich so ein bisschen gerade drüber drauf. Ich weiß ja jetzt immer noch nicht. Habe ich jetzt nur Soul Hearts, da ich jetzt gerade nur Soul Hearts verschwende mich. Ich glaube, wir haben mindestens noch ein rotes Herzchen. Also mindestens. Und schon wieder so einen Raum. Wow. Herzchen? Nein. So. So, bitte, mit dem Herzchen. Schade. Das war halt hier auf jeden Fall, was ich aktuell besitze. Spelunkerboy. Okay, das heißt, ich sehe Geheimräume. Das heißt hier. Wow. Richtig. Nice. Okay, nur Schrotz. Allerdings werde ich hier mal was sprengen. Schlüssel müssen wir aktuell noch sparen. Ich habe aber hier nicht in den Raum unten reingesprägt. Da könnte noch was Gutes drin sein. Schade. Leider nicht, leider nicht. So. Wait, geht's. Herzchen. Zuck. Soul Hearts. Schade. So. Oder ein normales Herzchen wäre auch in Ordnung. Okay. Ich habe damit kein Problem. Wenn ihr das ganze Zeit so macht. Ja. Ich hätte das wissen müssen. So, aber ich habe relativ viele Soul Hearts. Deswegen muss ich mir da... Die Autobatterie. Das wäre ein cooles Item, aber nicht mit diesem Ding. Oh, ich habe eh nicht genug Geld. Hey, hey. Das hier könnte ich auf jeden Fall sprengen. Schade. Okay. Ich könnte hier noch weniges an Geld erhalten. Zack. Zack. Ich hätte da oben noch sprengen müssen. Richtig schwer hier. Ein schwarzes Herzchen oder so ein Herzchen Raum. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich habe keine Ahnung. Eins, zwei, drei. Ich habe jetzt auf jeden Fall nicht zu viel verloren, wenn ich jetzt Soul Hearts verloren habe. Achso. Die Batterie kann mir immer noch nicht leicht, nicht ein Soul Hearts mit. Komm. Kommt man schon durch. So. Achso, ich bin noch nicht da. Okay. Ich mache selber auf jeden Fall mehr Schaden. Okay. Okay. Erledigt so. Belly Button. Nein, wir brauchen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Krampus. Könnte ich wie wollen, wenn das der Krampus hätte. Okay. Einmal aufsammeln. Wieder hinlegen. Und... Weboot. Okay. Ich habe nichts gesagt. So. Jetzt müssen wir nur noch erfolgreich ans Ziel kommen. Und jetzt hoffentlich nach drei Ebenen mal können wir bitte mal sehen, wie viel Leben mehr. Was ist da los? Was ist das? Oh nein, da werde ich nicht lang gehen. Gott sei Dank muss ich da nicht lang. Also... Ich kenne vieles, aber so viele Dinge auf einmal habe ich noch nie gehabt. Sch teste auf einmal. Zack. Zack. Okay, nice. Und rief mich? Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack und zack. so um alles hier einstecken weil 800 münzen wie geht der nimmel lang und wir haben den automaten voll hier unten könnten wir noch gucken was es hier gibt wir haben doch vor allem die letzten zwei ebenen kann ich dann direkt ich habe gerade echt gehofft dass ich nicht rechts irgendwo hin teleportiert worden wenn das sich durch den fucking raum durchgehen muss so dankeschön spiel so aber das course of the unknown was habe ich habe ich irgendwas gesammelt dass ich was auf der anderen hat mir wäre jetzt auch kein item bekannt wo das verursachen würde das habe ich komplett vergessen dass das natürlich passieren kann so was haben wir hier oben bin ich grad ziemlich geführe und sage ja das hat sich gelohnt auf jeden fall springen was haben wir hier wow so so So. das ding ich weiß ja nicht wie viel leben ich habe es kann natürlich sein dass ich jetzt schon wieder so am abgrund stehe und nichts habe dass ich jetzt okay in dem fall werde ich doch nicht zum shop noch mal kurz den besuch abstatten ok direkt zum bürgten wir gehen auf jeden fall hier lang und weite geht es leider kein der mit lieber halten und nicht die mit uns auf den zwei ebenen der will die wo das heißt wir haben zwischendrin mal soul hearts verspielt okay aber so oft für flüche und so weiter und dasselbe und sollte dann hatte ich noch nie so oft okay sagen wir hier nichts interessantes haben wir auch jetzt nicht so okay ja logisch ich hab grad gedacht höre komme ich nicht zurück so was haben wir hier lemon party okay ich darf es nicht vergessen dass ich nur noch einmal dran spielen da so wir haben richtig viel asche in der hose noch die tägliche schon so zack okay in dem fall hoch geht's und mehr haben noch ab nach der Anerkennung natürlich kurse aber ich könnte damit die Parten und den garantiert den daher kommen so der will hier okay das sind auf jeden fall mit schwarzes herz hier dankeschön sehr nett jetzt habe ich gedacht wir werden kumpels lieber satan und dann würde ich mich so enttäuschen ok oder drüben wer noch der ich habe ja noch ein bisschen zeitig glaubt ist das denke ich ok ok müssen max geld hier nichts interessantes gut ok im prinzip kann ich ich bin ich froh über jedes rote herzen was ich habe um dann ein bisschen was weiter zu machen ja gut wo geht es direkt zum boss sind what the freaking banana dauert ein halbes jahr bis ich da ankomme ich muss meinen schaden hören dass ich deutlich auch besser durchkomme ganz zum schluss muss er mich natürlich ich kann doch nicht fliegen verdammt schlub da wub einmal kurz einsam wieder hinlegen ich habe es eigentlich überhaupt gemacht das kostet nur zeit weiter geht's sag ich nein 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 ok der raum ist eh weg ok hat sich eh erledigt so nix interessantes oh nein nein ich hätte mir viel zeit sparen können war so klar aber dann kann ich ja geschwind hier rüber und hier rein spückeln so weiter geht's weiter geht's wow danke für den random teleport wieder wo ich jetzt wieder erhalten habe und so wir sind schon richtig hier beim club und wurde musste ich mit ihm das anfließen ja doch doch also manchmal habe ich dazu blitz ideen wo ich bedenke alter bin ich bin so mongobaby ich habe in dem sie noch kein begleitete nämlich das hier mal mit ok und das haben wir hier das hier auf jeden fall ok wow ok im prinzip haben wir so hier dann das ganze gate was geht rein stopp oh der will dir mal noch so oh gut ja 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 kann man nix sagen so ähm gut in dem fall ziehen wir es durch so jeder treffer machten stärker und klar das heißt wenn ich vorher wusste dass ich getroffen werde ok es geht sehr gut vom schaden wir haben nur eine kleine verteidigung wir haben auch kein begleiter oder in der richtung wo wir uns verstärken klar ich treffe natürlich aber klar das versuche natürlich nichts hinzubekommen ok ok jetzt kommt er in bewegung der liebe hasch direkt reingepflaufen kranen sind nicht ok Okay. Oh, das könnte schon gut Schaden verursachen. Oh, so ein bisschen Tiersempflichtig jetzt noch. Okay, ich darf nicht getroffen werden mehr. Weil ich jetzt eh keinen Schaden mehr Bonus erhalte. So. Oh nein. Oh, come on. Oh! Wow, dankeschön. Puro Tryhub beginnt jetzt. Oh nein. Ich hoffe, dass ich hier nicht getroffen werde. Sieht gut aus. Okay. Komm raus. Sweet boy. Nicht mehr auf hier. Okay. Okay. Oh nein. Ich hab... Okay. Okay. Okay, nur noch ausweichen fokussieren, nur noch auf ausweichen. Blind Rage freigeschneid, alter Falder. Es macht natürlich keinen Spaß, so durchzukommen. Okay, gut, in dem Fall... Hat der gerade hier gebellt? Ach, egal, ich versuch's gar nicht erst. Äh, was haben wir hier? Speeddown, okay, gut, bringt mir gar nichts, was auch nochmal hier, gar nichts mehr. Okay, gut, in dem Fall, let's go da hin. Okay, 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 das heißt, wir können uns an Damage quasi boosten. Okay. Okay, komm, gehen wir einfach... Die größte Abkürzung im Spiel. Tipp. Und auf dich. Aber noch schon, wir haben. Wir gehen eh alle auf. Ich will da noch rechts noch einspiegeln, da ist ja immer nicht, was er noch so alles so sich dahinter versteckt. Im Prinzip haben wir alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ein halbes Herzchen, okay, das heißt, wir können im Prinzip... Eins, zwei... Haben wir noch ein Bonus-Damage. Okay. Ich hab' den Bonus-Schanen besser lassen sollen. Und wo jetzt, kommt natürlich drauf an, wo er aufbraucht, aber normalerweise... Okay. Gibt es kein Problem sein. Bleiben wir im Eck einfach. Und erledigen. So, ich warten, was erkunden. Nö, gehen wir weiter. So, und wir kriegen jetzt irgendwie hier richtig geil dunklen Ebenen, wow. Splitschert. Ja, funktioniert super. Multidimensional Baby. Okay. Dann haben wir sowas. Man findet kein Escape. Und dennoch... Oh. Beim Fronten, was haben wir denn hier noch Hübsches drin? Bad Repeller. Das heißt, wenn ich aber noch einen Schaden bekomme... Äh, kann ich mich sogar noch heilen. Also im Moment muss ich gerade sehr aufpassen, was ich hier eigentlich anstelle. Habe ich gar nicht gesehen, aber okay. Hilfe, dann. Äh, bitte, 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 okay. Okay. Gut. So. Das sieht schon mal besser ausgesehen. Und for health. Das war jetzt purer Lack, dass ich da noch überlege, was gibt mir hier? Oh, 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 oh. Richtig cool. Richtig viel Damage, wo wir jetzt zurückbekommen. Klar, es waren die Schüsse in eine halbe Stunde, bis zum aufgeladen sind, aber das ist mir wert. Oh, nein. Oh, nein, jetzt habe ich mich schön rein ausgewichen. So, jetzt darf ich nicht mehr getroffen werden. Ich muss mich dann gewöhnen. Oh, richtig cool, wenn ich eine Kiste bekomme. Zack. Fangen wir an. Zack. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay, eine Pille, wenigstens. Addicted, okay. Mehr Geld, okay, brauche ich nicht. Ich brauche noch ein Leben. Hauptsache irgendwas. So. Hm, wieder nichts. Schaden. Schaden. Okay. Nice, okay. Bisher sieht es klingisch nicht gut aus. Wenn du mit Tränen, nee. Äh, ich hab nämlich mit. Meidritt, wo ich erhalten darf. Okay. Ja, nice. Okay. Oh, nein. Okay. So. Soll ich mein Glück versuchen? Dörf nur einmal gehittet werden. Ja, das bin ich ja nicht. Oh. 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 Erfolgreich abgeschlossen. Ich will auch nicht weitermachen, weil wir mehr so erfolgreich geschafft. Nice. Das heißt, wir haben jetzt durch als nächstes wahrscheinlich Cain Platte. Okay, okay. In dem Fall haben wir uns gut vorangeschritten und die normalen Charaktere soweit abgeschlossen mit einem Delirium. Okay, in dem Fall sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.